Klinikum St. Elisabeth in Straubing, Kreißsaal. Hier hat am Morgen die junge Migrantin ihr erstes Kind entbunden, ein kleines Mädchen. Um eine Nachsorgehebammer hat sich die Rumänen bereits in der Schwangerschaft gekümmert. Doch schnell hat sich hier ein großes Problem herauskristallisiert. Beide sprechen nicht dieselbe Sprache. Die Gesundheitsregion Plus hat sich zur Aufgabe gemacht, im präventiven, aber also im vorbeugenden medizinischen Bereich tätig zu werden. Und ein wesentlicher Aspekt ist hier die Migrationsmedizin, das heißt also die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund. Da wir gesehen haben, dass es hierbei oft Kommunikationsschwierigkeiten gibt, also sprachliche Barrieren. Kein Einzelfall, denn mittlerweile jede zehnte Frau, die hier im Straubinger Klinikum entbindet, versteht kaum oder nur sehr schlecht Deutsch. Wie erklären Hebammen ihren Patientinnen nun, wie sie ihr Baby wickeln oder pflegen oder wie sie Stillen oder Fläschchen geben sollten. Eine Herausforderung, der sich mit ihrer Idee nun ausgerechnet eine Straubinger Hebamme angenommen hat. Wir haben das Ganze gestaltet in Abreißblöcke, dass jede Hebamme das in ihre Tasche tun kann, mit Deckblatt und Rückseite und den Piktogrammen selber. Die Piktogramme wurden unterteilt in Grün und Rot. Grün ist immer gut, Grün ist immer positiv, Rot ist natürlich das Schlechte, das Nicht-Gute. Und da wurden zum Beispiel Punkte erklärt auf der grünen Seite, wie mache ich die Fläschchen sauber, die Schnuller sauber, einfach die Hygiene, die optimale Schlafumgebung. Knapp ein Jahr hat es gedauert, die ursprüngliche Idee von Karin Mittermeier-Rupert und ihren Kolleginnen im wahrsten Sinne des Wortes zu Papier zu bringen. Mit einfach verständlichen Piktogrammen können nun den Migrantinnen die zehn wichtigsten Punkte der Wochenbettbetreuung erklärt werden. Gesponsert wird das deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt von einem namhaften Baby-Nahrungshersteller. Das Design kommt von Artworks, die auch für die nun geplante digitale Verbreitung und Homepage zuständig sind. Es wird in der nahen Zukunft dann auch die Piktogramme digital geben. Das heißt, die werden auf verschiedenen Webseiten, vor allem auch von der Webseite der Hebammen in Straubing, dann auch digital online zu finden sein. Das Ganze natürlich auch für Handy noch optimiert, damit dann auch die Hebammen im täglichen Nachsorgeprogramm das auch dann zusätzlich noch zu der gedruckten Variante auch am Handy mal noch mit abrufen können oder sich die jungen Mütter hier selber auf dem Handy auch noch mal mit anschauen können, falls mal der Zettel irgendwo gerade nicht griffbereit ist. Straubings Oberbürgermeister Markus Panameyer ist begeistert von der sehr praktischen Lösung, die bald bundesweit verfügbar sein soll. Für ihn trifft dieses Projekt genau den Markenkern der Gesundheitsregion Plus. Wir haben als Partner die Firma Milupa, die das auch unterstützt hat und angeboten hat, in ihrem Netzwerk das auch bundesweit weiterzutragen. Und das begrüßen wir natürlich sehr. Wir wollen ja hier nicht eine Copyright-Lösung für Straubing entwickeln. Wenn die Lösung so gut ist, dass auch andere sie haben wollen, dann ist das ein wunderbares Kompliment. In wenigen Wochen schon soll die Homepage freigeschaltet werden. Dann steht einer deutschlandweiten, ja vielleicht sogar weltweiten Verbreitung und Anwendung nichts mehr im Wege.